ARD Text im Auftrag von Funk Yo Leute, was geht und willkommen zurück zu LastFast 2 Wenn ihr euch gesehen habt, schaut es euch unbedingt an heute Hier hatten wir ja das erste Mal was mit den Klickern zu tun Ok, was war das jetzt dort? Irgendwie eine Art Bücherei Was ist hier los? Dieses ganze Elektronikzeug? Das muss Eugene sein Doch, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herum basteln? Aber warum hat das mir verhalten? Das war eine ganz üble Geschichte Das war eine ganz üble Geschichte Ok, hier haben wir auch alles, ne? Das war, dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver geschickt hat Tötete drei Soldaten und zwei CVs Scheiße Und dass er und Tommy, ein Pedra General, zu Tode gefoltert haben Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun Er war dazu fähig Und Joel Hatte Eugene Kontakt zu anderen Fireflies? Hatte er von mir und Joel gehört? Nein, dann hätte er was gesagt Ok Ja, noch eine Karte, geil Nice Ist hier wirklich nichts zu looten? Hallo, ich will looten Ok Ach was Ah, ne PS3 Uncharted 2 Was? Uncharted 2 mit dem Original Cover Ja moin Also ist das eine Andeutung auf Uncharted 5 Das wäre aber mega Nice Oh mein Gott Oh mein Gott Das sind Tommy und Regie Oh Gott Noch die reinsten Babys Nicht So Hey, da ist ein Generator Oh mein Gott 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 Ah nein Es ist fast gleich nur ein bisschen Es ist jetzt rundher Geil Hm, schon besser Oh wow Eindrucksvolle Werkbank, Eugene Geil Ich wette damit kannst du deine Waffe auf Geil 70 Teile haben wir Ok Hier gewerken wir auch Ok Ok Für den Wagen Jetzt Ich habe jetzt hier Für einen Schafft Gewicht nicht nur eine Waffe Abweichen zu Verringern Feuerrad Rückstoß Bring den Kompressor an Um den Rückschluss Deine Waffe zu reduzieren Machen wir Hier Ach nice Jetzt siehst du wie Eddy die Waffe auf aufmotzt Oh ok Das ist geil gemacht Ja Das wird gehen Ich bin noch nicht fertig Hallo Feuerrader Machen wir auch noch Perfekt Gut Perfekt Komm jetzt da rein Aber Aber Ah ok Hier kommen wir nicht rein Ne Scheiße Ö Gehts irgendwo runter Gehts irgendwo runter? Hm Hier nicht Ok Ich muss doch irgendwo ein Geheimgang sein nicht LOL Gehts irgendwo Schuss Ich bin noch nicht Gehts irgendwo Was ich nicht sehen Oh Oh Ja Ah Oh Ah Gehts 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 Alter, was? Hey, wer hat solche Video-Kassetten? Der Schwanz des Halbs. Smash-Brandys-Kutsch. Sind das Pornos? Nein. Ach du Scheiße, Digger. Ach, ja. Gasmasten-Bong. Loll. Digger. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Hm, finden wir's raus. Kriegst du's nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du's schaffst. Okay. Es... Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht? Ist doch offen, oder nicht? Ach. Riecht gut. Ich mach mal einer. Wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht. Kannst du? Ja. Von eins bis zehn. Wenn eins... ...richtig unterirdisch ist... ...und zehn... ...überwältigend... ...wie würdest du... ...unseren... ...kuss von gestern bewerten. Warum reden wir immer noch darüber? Was? Du hast gesagt, es war ein Fehler. Hab ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war? Ich weiß nicht. Für mich war es eine Sechs. Eine Sechs? Wow. Eine solide Sechs. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber... Sechs. Oh. Was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaub ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, geh ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als ein Sechs. Alter, was? Das ist ja so. Das ist ja so. Nein, ganz so super ist das nicht. Scheisse sind da überall, ey. What the fuck? Weg hier! Was ist hier? Was geht hier? Ab! Alter! Junge, was moeilig? Sackgasse Da Oh mein Gott Oh mein Gott. Scheiss. Alter. Bruder. Ach du meine Fresse. Komm. Joel. Tommy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Wo ist die Tür hier? Na los! Ja ist gut ich kann nicht mehr als ausweichen Mann! Leck mich am Arsch! Ich brauche le-lele-Leben! Bruder! Ich brauche Leben! Hier oben! Das Fenster! Das ist unser Ausweg! Wie kommen wir da hoch? Hier, damit! Hey, bitte! Ja, ist klein, ne? Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Hey, ich fack, so kommen wir nicht leben, hätte! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Ich hab dir das weg von mir! Aber wie willst du das machen, wenn du kein Leben mehr hast? Ok Leute, wir machen in der nächsten Folge einen Daumen hoch, lassen aber da und tschau. Bis zum nächsten Mal.